Dein nächster Urlaub soll ein ganz besonderer voller Outdoor-Aktivitäten werden. Hier kommen drei Tipps auf Island. Der Wattner Jökull ist der größte Gletscher Europas. Mit vorher gebuchten Guides könnt ihr da Touren machen, aber Achtung, Standfestigkeit vorausgesetzt. Und nochmal, wenn du hier stolperst, dann bist du tot, hundertprozentig. Action kannst du auch auf dem Jökull-Sau erleben, dem Biest des Ostens. Die Rafting-Trips dort kannst du vorher buchen. Kontakt mit dem tosenden Gletscherwasser ist dabei aber inklusive. Und das hier geht wirklich nur auf Island. In der Silfra-Spalte kannst du zwischen zwei Erdplatten tauchen. Zwischen der amerikanischen und der eurasischen. Wassertemperatur bei unserem Dreh 3 Grad. Schick das Video an deine Freunde, denn vielleicht gilt auch für sie...